Natascha, Schwesterchen, was führt dich nach Hause nach so langer Zeit? Ich bin auf der Flucht. Ich wollte was Gutes tun. Mehr als nur ein Profikiller sein. Du machst dir was vor. Wir sind beide immer noch Profikiller. Wir haben noch was zu klären. Wer ist wir? Passt noch, hm? Die Familie, endlich wieder vereint. Du bist fett geworden. Ich trinke eben viel Wasser. Es gibt viele neue Widows. Neue Feinde. Ich fliehe nicht mehr von meiner Vergangenheit. Wer zum Teufel ist der Kerl? Black Widow. Black Widow. Untertitelung des ZDF, 2020